mit bisschen intro aber wir schauen jetzt hier das video von david an ihr erstes mal ich bin gespannt ich finde es immer sehr unterhaltend die streams deswegen wir haben jetzt freitag es ist feierabend und wir gehen da rein heute werde ich ein bisschen leise schöne bräune finde ich sowieso können wir direkt mal einen cut machen finde ich sehr attraktiv generell bei menschen egal ob jetzt männlein oder weiblein eine schön ein schöner tang hat was feines geht in der luft ich glaube da wartet sie schon auf mich hallo ist das korrekt sauvatikap ja 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 actually yes how are you sabbay di mai sabbay di mai yes correct is this your first time dating a german oh yes and actually this first time with big bike first time with big bike yes i'm a professional don't worry i can handle this okay so yeah i got a special helmet for you hopefully it fits have you ever been to germany i never been there but actually i also want to visit like germany switzerland france but i was only like in the u.s. oh in the u.s. do you know anything about dafür dass ich jetzt 36 bin bin ich noch nicht so viel rumgekommen ich war zwar öfter mal an einem ort an ein und demselben das war öfter der fall aber noch nicht an so vielen verschiedenen orten und ich hoffe einfach mit irgendwann youtube instagram twitch lifestyle mehr reisen zu können während räumchen ich habe nämlich bock auf content content zu erstellen zu produzieren und das eventuell auch mit einer reise motorcycle aber damit ich davon leben kann müssen wir erst mal ein paar jahre hasseln warum spricht er eigentlich gerade so abgehackt weil sie spricht ja eigentlich gut englisch oder habe ich das gefühl also ich bin jetzt nicht der englisch spezialist sie hat so ein akzent halt nur aber sie spricht ja sehr wie ich finde da jetzt kein wort für ich wollte wort voll sagen aber das ist ja völlig banane hat ja gar keinen zusammenhang sie hat viele word time repertoire irgendwie so ich hier ein feierabend wochenende da ist jetzt nichts mehr los sorry ich glaube ihr wisst was ich mein wenn nicht auch egal manchmal einfach nicht zuhören die haben in thailand anscheinend geil geil gestoppt die haben in thailand anscheinend auch keine vorgaben was was katalysator auspuff und sowas angeht anscheinend ne also komische betonung gerade aber fällt mir gerade so auf weil letztes mal waren die auspuff anlagen von denen ja auch offen aber jetzt mal ehrlich stehen frauen auf sowas auf sound und sowas laut sound kerniger klang ist eine frau am start irgendwie ihr könnt sie mal in die kommentare schreiben falls ihr ein eine dame seid die der mein video anschaut sich meine reaction anguckt wird mich echt mal interessieren ob ihr das eher bedrohlich findet oder affig vielleicht auch weiß ich ja nicht oder ob ihr sagt finde ich mega geil stehe auf geile sounds von autos generell und motorrädern würde mich mal interessieren deswegen schreibt einfach mal in die kommentare okay so let's go for ich persönlich ins richtig geil all right sunglasses on perfect all right you can jump on i told you like it's maybe not the best idea to wear a skirt on the motorcycle but you were like okay fuck it i wear a skirt so you can you can hold like this also vorne die ersten meter mit liter bis jetzt erster eindruck sehr sympathisch let's get some drinks ich sag euch der store und was bei ihr tatsächlich der vorteil ist und nein das ist no sexual oder sonst irgendwas sie ist wirklich klein und leicht das ist wirklich ein vorteil weil ich persönlich bin damals sehr ungerne mit einem sozius hinten drauf gefahren es sei denn ich habe das ist jetzt wirklich nicht irgendwie sexistisch oder so soll das sein aber leichte frauen damit das was angenehmste es ist halt so ich glaube es leuchtet auch ein und das logisch heute muss man ja aufpassen was man sagt man ist direkt ein ekelhafter und so aber man sieht ja sie ist ja nicht gerade die größte und dementsprechend würde ich auch jetzt mal frech behaupten ist auch ihr gewicht niedrig und das merkt man halt auf dem motorrad sehr extrem und was auch ganz wichtig ist falls ihr mal sozius mitfahrt wehrt euch nicht davor mit in die kurve zu gehen weil es gibt nichts schlimmeres als motorradfahrer also wenn du ein sozius hinten drauf hast und der sozius macht so obwohl das motorrad nach rechts in die kurve geht macht der sozius hinten so also geht nach links rüber gegen die kurve das macht die sache nicht nur gefährlich sondern auch mega unangenehm zu fahren einfach mit reinlegen einfach an den fahrer vorne dran schmiegen und festhalten und einfach das machen vom flow vom gefühl her was er macht also wenn er sich rein legt in die kurve legt ihr euch schön mit rein weil dann ist das für den fahrer voll angenehm ansonsten musste das motorrad in die kurve zwingen das ding hier bekommt man alles protein drinks warme sandwiches von a bis z und alles kostet hier seht ihr schon die protein kleiner store da würde ich jetzt echt gerne mal so die preise wissen drinks dann nehmen wir uns direkt mal eins naja ob das so ein gesunder protein shake ist weiß ich nicht klar kann es da ja auch geben aber gut ist auch eine marketing sache da jetzt da wegen dem aussehen da jetzt hätte ich negativ geurteilt einfach wegen dem aussehen wegen den aufdrucken weil mir das ein bisschen ja wie soll ich sagen ramschig vorkommt das hier unten auch das kommt mir vor wie fake müller milch müller milch ihn möchte gern ja wenn es großes witz meine müller milch aber ich kann mich auch täuschen noch es kann auch super kontrolliert sein aber ich weiß nicht ob das in teil land so ob die da so auf qualität und inhaltsstoffe vor allem achten wäre aber mal interessant zu wissen wie wie das da so gehandhabt wird so schön natürlich auch wieder heute dabei die insta 360 x3 sieht einfach aus hier an den lenker 360 camera you know like really nice view ja now it's recording okay let's go also bis jetzt muss ich sagen sehr viele positive attitude sie geht ins gym sie spricht gut englisch ist ultra net und sie mag motorräder offensichtlich ich glaube thailänder allgemein i just told my followers that your english is really really good yeah like for sure digga er überholt uns hier einfach transportiert tausend paket und verliert da fast die hälfte das ist voll beladen und fährt einfach an david vorbei mit sozius und der voll beladen hat noch so paket links hier unten noch unter bank hinten arschbacke auch noch halb drauf gesetzt ein huppel alles fällt auseinander aber bei denen immer so gern man sieht auch hinten käfig die so 50 hühner da rein gestopft hühner so im gitter oder leider auch mal hunde ganz crazy ganz verrückt in deutschland wird sie sofort rausgezogen werden sofort fahrzeugpapiere führerschein ja so dürfen sie nicht fahren ladungssicherung was auch nachvollziehbar ist aber irgendwie was ich komisch finde da funktioniert es irgendwie trotzdem aber vielleicht wäre auch da mal interessant eine statistik zu sehen ich muss mal nach einem video gucken wo so länder miteinander verglichen werden was was ja gefahren im verkehr angehen und dann so thailand gegen deutschland am ende haben die gar nicht viel mehr tote im straßenverkehr und fahren so darum balancieren irgendwelche schweren gefährlichen sachen das könnte ich mir nämlich am ende wirklich noch vorstellen dass da einfach aufgrund des natürlichen verhaltens das alles einfach funktioniert guck mal wenn ihr das da oben seht seht ihr meine maus diese kabel hier oben das funktioniert trotzdem läuft hier überall internet die haben strom die haben trotzdem alles und das läuft komischerweise anscheinend deswegen also anscheinend ist der ordnung in der unordnung ich so wirklich wohl lang das war nicht der richtige weg wrong direction ups ah ja hier sind wir richtig jetzt mal ohne scheiß gell das ist echt ein gutes thema wie kann das funktionieren wie blickt denn da noch jemand durch was habe ich denn da gerade gedrückt später ansehen wie blickt denn da noch jemand durch in dem knoten jetzt mal ohne scheiß da rafft doch keiner mehr was oder ihr müsst unbedingt mal nach thailand die mentalität das essen die mädels ich glaube auch ich glaube thailand ist echt fühlt sich sehr frei an also das ist so mein gefühl wenn ich das sehe da ist so der mensch ist noch sehr frei und relativ wenig kontrolliert und vor allem glaube ich kann man da gut leben also die preise sind recht niedrig und ich glaube das leben an sich ist dort einfach ähm wertvoller ist vielleicht das falsche wort aber du kriegst einfach mehr für dein für das was du äh was du arbeitest bekommst du auch mehr weißt du am end bist du streamer und dann gehst du runter nach thailand machst content in thailand ey ganz ehrlich also so wie das da gerade aussieht nicht schlecht oder äh schönes wasser hier ist unsere erste station wenn wir glück haben dann können wir heute auch den adler sehen ähm ähm you never been here never well i show you phuket today never been here show me thailand now i show you the beautiful view over phuket you see this bird poo usually there's a big hawk sitting there but he's not there today i don't know why how's the date going so far you like it oh wow make me a side chest yes 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 so we gonna try something with the camera now so we can get like a shot from the side you know i'm professional das könnte eigentlich ganz cool sein i think this will look cool what do you think okay it's good yeah it's okay oh yeah come on let's check it out ich habe es gerade noch gesagt jetzt ist er zurück you see that's what i meant it's crazy that's what i meant ist das was ich gemeint habe das ist die Vergangenheitsform ne interessant ich ich spreche ja es ist eigentlich gar nicht englisch aber hier und da irgendwie dann doch aufgrund meines Alters wahrscheinlich weil ich halt hier und da schon mal im Urlaub war und einfach so so das was ich so aufgeschnappt habe aber gerade also umso älter ich werde umso öfter erklären sich Dinge für mich sowas zum Beispiel ähm jetzt weiß ich schon nicht mehr was er gesagt hat äh auf jeden Fall hat er gesagt äh das ist das was ich meinte wie wunderschön und majestätisch der ausschaut ah have you seen he pooped I told you right a lot of poop wow so Freunde ich bin gespannt wie die Perspektiven werden ein Vieh gell wie groß das Tier ist und wie majestätisch ne und ähm die sind wirklich nicht zu unterschätzen weil klar der war jetzt wahrscheinlich gezähmt gewesen der ist wahrscheinlich seit Kindheit äh sitzt der da auf dem Arm und kennt ist ganz zutraulich aber das das die sind schon sehr gefährlich die Tiere ne also die die erlegen ja Füchse äh teilweise sogar Schafe ne also weiß ich jetzt nicht ob der das macht also der sowieso nicht aber diese ähm Adler Art sag ich mal die ganz großen die das sind ja die Todesjäger die haben ja riesen Krallen die haben riesen Schnäbel womit die ganz schnell von so einem Tier den Kopf abreißen die hacken da ein paar mal rein und dann ist da Feierabend ne und die töten ja ihre Beute schon in der Luft oder wenn die sich auf die stürzen dann packen die zu und die haben so lange Krallen dass die teilweise schon beim packen dann das Tier töten aber ich bin mir ziemlich sicher dass es geil ausschaut ich muss sagen bis jetzt auf jeden Fall eins meiner Lieblingsdates geiles Wetter geile Karre nettes Mädel oh ich hab gerade einfach mit der Kamera die Leitplanke berührt ich Idiot ich hab's direkt vergessen zwei Kurven bin ich gefahren und schon an die Leitplanke geknallt I totally forgot about the camera ich bin so ein Idiot das kann doch nicht wahr sein wie kann man denn so ein schlechtes Gedächtnis haben doch doch 200 Meter Elefanten und Affen ja maybe Elefanten in 200 Metern oh da sind sie schon jetzt machen wir mal vorher den Motor aus schaut euch diesen riesigen Elefanten an oh ui wie viel Wasser kommt denn da raus das hört nicht mehr auf alter also muss man sagen es gibt leider viele Stationen hier wo die Tiere halt so semi geil behandelt werden und er wackelt auch die ganze Zeit so rum er sieht nicht happy aus oh nee das ist so einer mit Kette am Fuß sowas hasse ich ja 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 die Leute die holen sich so ein Elefant dann stellen die den an die Straße und dann kommen Touristen dann kriegen sie Geld dafür so und das Tier macht eigentlich am Tag in seiner natürlichen Umgebung unzählige Kilometer an Wegestrecke und da ist der eingeferscht in so ein Gatter ja wo er nicht raus kann und hat eine Kette um seinen Fuß ja super ey sowas hasse ich ey ekelhaft ich hoffe das wird sich ganz schnell ändern ich hoffe Touristen gehen da nicht mehr hin wenn die jetzt irgendwie so sehr frei leben oder so dann sage ich ja noch okay guck mal der hat irgendwie Auslauf die werden gefüttert die haben Spaß dabei ich meine manchen Tieren siehst du das auch an ja letztens mal war bei denen im Stream auch so kleine Babyschweinchen ey die haben den Spaß ihres Lebens gehabt die werden da die ganze Zeit fett gefüttert die springen da rum jumpen rum das sind kleine Kinder die haben noch einen Kindskopf die interessiert es nicht dass die da jetzt irgendwo sind aber der Elefant hier der ist doch tot unglücklich guck mal dieses kleine kleine Kapuff hier dann steht er da von morgens bis abends kann sich nicht bewegen hat diese scheiß Dreckskette hier um den Fuß armer Eli ey armer Elefanti ey das ist voll traurig na der wird nicht mehr frei sein der kann gar nicht mehr leben und überleben in der Freiheit er ist sein der ist Tode geweiht hoffentlich irgendwie so ein Gnadenhof oder sowas das wäre schön ein Gnadenhof wo der einfach riesen Flächen hat wo er trotzdem noch versorgt wird wo was weiß ich einer kommt mit so einem LKW und dann kippen die da irgendwie was ab was die halt fressen sowas würde ich mir für denen wünschen dass der noch seine letzten Jährchen vielleicht wenigstens in Freiheit leben kann so in der kontrollierten Freiheit und er das Gefühl hat ne in der Natur zu sein bei seinen äh jetzt wollte ich schon Tarnen sagen bei seinen Ahnen sagt man das so bei den Gleichgesinnten und äh nochmal wenigstens ja einfach nochmal Freiheit spüren und leben darf weil ich glaube das ist auch ganz schlimm auch für Menschen Menschen die in Gefangenschaft leben mein Gott ey auch wenn du im Knast hockst Alter klar es gibt Menschen die haben es verdient da zu sein aber wie schlimm das sein muss Alter wenn du nie wenn du weißt du kommst da nie wieder raus drei Coffeeshops einer noch einer noch ein Coffeeshop noch ein Coffeeshop noch ein Coffeeshop Alter das ist crazy Alter noch ein Coffeeshop wie viel Gras willst du hier kaufen das gibt's gar nicht da kann man ja ein Trinkspiel draus machen so viele Coffeeshops wie hier nebeneinander sind du hast keine Ahnung ich hab sie mich gerade angefeuert Gas zu geben geiles Mädel so jetzt sind wir hier irgendwo am Strand ich weiß gerade nicht so richtig wo wir lang fahren aber vielleicht gibt es hier einen nicen Aussichtspot du willst check out the ocean? gefällt mir gerade richtig gut muss ich sagen ich kann track you you know there is like a future ja okay wir werden sie jetzt mal tracken jawoll die Werbung lassen wir laufen weil ich finde Insta360 ist echt für alle jetzt auch auch wenn ihr die Reaction guckt und eigentlich Motor Content sehen könnt aber ich denke mal ihr filmt auch und ich hab auch ne GoPro zum Beispiel ja ich weiß wir reden hier von der Insta360 aber ich bin ja nicht gebunden an Insta ich hab auch ne InstaGo hier oben liegen leider hat die nach zwei Wochen defekt gehabt und ich Arschloch hab mich nicht drum gekümmert jetzt hab ich hier oben ne neue kaputte Kamera liegen herzlichen Glückwunsch äh Robin hast du super gemacht auf jeden Fall ich hab so ein Teil geile Kameras und mit dem Verfolgungsmodus auch super so einfach könnt ihr mit der Insta360 Studio App Objekte tracken richtig geiles Feature das sieht hier wirklich aus wie in einem James Bond Film geile Inseln Boote es war vollkommen weird dass wir hier beide mit Helmrummel aufmachen aber das geht schon holy shit zieht euch diese Wellen rein schönes Wasser looks nice ich würde aber auch gerne mal wissen ähm wie in Thailand gerade in den äh Gegenden wie da mit dem mit dem Müll umgegangen wird wie da mit mit wie die ähm Strom produzieren haben die Atomkraftwerke wisst ihr was ich meine wie gehen die mit der Nachbehandlung von den Materialien um äh haben die Klärwerke was haben die da für Standards sowas würde mich auch gerne mal also würde ich auch gerne mal wissen vielleicht lohnt es sich da auch mal ne Doku drüber reinzuziehen oder nicht immer nur die Sonnenseiten dieser Inseln oder ich weiß ja nicht ne Thailand ist keine Insel oder äh gut äh aufgepasst in Erdkunde mal wieder ähm ja ich denke mal ihr wisst was ich meine einfach mal schauen wie dort ähm ja mit den Überresten der Menschen so umgegangen wird sei es AA Müll oder was gibt's noch was produzieren wir noch Abwasser ja genau ja AA AA ist ja Abwasser wow it's still big yeah right you want to turn it on so dann montieren wir die Insta360 mal jetzt hier vorne ey aber selbst wenn einem Mensch Gas gibt kannst du schon erkennen ob der es im Gefühl hat oder nicht weil es gibt Leute die man so die man geben so ganz komisch Gas und sie hat das instinktiv sie hat die schön so kleine Gasstöße gegeben fand's gut fand's gut sieht direkt nach nem guten Gefühl aus die ist echt ist echt ne ne Liebe mach irgendwie macht die mir auch ein gutes Gefühl also wenn das nicht fucking episch aussieht weiß ich auch nicht den Rollerfahrer ziehen wir eiskalt ab mit seiner Möhre keine Chance gegen eine Ducati die ersten 10 Bestellungen einer Insta360 1X3 im Zeitraum vom 20. März bis 2. April erhalten kostenlos ein Motorradbindel. Ja, okay, wir haben jetzt schon den 22. Da hast du ja sowas von keine Chance mehr. Die ersten 10, die sind ja sofort weg. Außerdem habt ihr aktuell krasse Rabatte auf die Insta360 One X2. Link in der Beschreibung, checkt es ab. Ich glaube, sie fühlt es gerade so sehr da hinten drauf. Geile Strecke, geile Aussicht. Sommersonne, Thailand. Look at this, beautiful. Ich würde hier auch noch, um ehrlich zu sein, viel schneller langweilen, aber ich vertraue diesem Asphalt einfach nicht. Boah, Digga, der Bus, Alter, der stinkt mich hier voll. What the fuck? Hawaii Pier. Klingt doch gut. Fahr mal da mal hin. Oh, die Strommasten wieder. It's only a quick stop. We can go to the pier. Oh, mein Gott. Look at the fish. Boah, schönes Wasser, gell? Und das will ich halt wissen. Da sieht es schön aus, aber wo landet der Müll? Landet der im Meer? Machen die das überhaupt? Am Ende sind die voll vorbildlich. Am Ende sind das ja alles nur Vorurteile. Aber vielleicht wird da doch illegal Müll irgendwo hingekippt. Da würde ich gerne mal... Das würde mich interessieren, Alter. Ich gucke gerade. Ich mache mich da mal auf die Suche. Aber das schreibe ich auf. I want to jump in there and grab them. Schau dir das mal an, wie sauber dieses Wasser ist. The water is so clear. No joke. Ich würde da so gerne einfach reinjumpen. Show me your skin. Haha, Mary Tan. Oh, mein Gott. You trust me a lot, right? Yeah. I'm a stranger. We just met today. And you are sitting on a... Schreib mal kurz auf. Ich will nichts verpassen. Video suchen. Äh, Thailand. Doku. In Klammern. Entsorgung. Müll. Und. Bekalien. Also würde mich da echt mal interessieren, ey. Die, klar haben die Klärwerke. Aber wie sind die, in was für einem Zustand sind die... Ähm, ähm, wie gehen die mit der Filterung vor? Ich weiß zum Beispiel, ähm, unser Unternehmen besitzt oder betreibt ein riesengroßes Klärwerk. Und, ähm, ich weiß zum Beispiel, dass das Wasser, was aus dem Rhein entnommen wird, sauberer wieder in den Rhein hineinfließt. Gefiltert und, ähm, sogar noch verbessert, also angereichert, ne? Deswegen, ähm, würde mich mal interessieren, wie das in T-Highland ist. Big Bike and I'm riding, you know, so you have a lot of trust in me, actually. I appreciate that. Wir haben die Insta360 jetzt nochmal hier hinten dran gemacht, an ZEG. Das wird eine wundervolle Perspektive. Ich hoffe, man riecht mein Arschwasser nicht, wenn ich mich da hinsetze, weil das ist ganz schön extrem. Alter! Der hat extra eine schwarze Hose angezogen. Ja, das ist halt der Nachteil, ne? Also, so schön, wie das Wetter auch ist und sein mag, ähm, ist das halt eine Bullenhitze dort, ne? Also, wenn die so krass Arschwasser haben, da weißt du ja genau, dass wenn die selbst beim Motorrad fahren so nassen Arsch haben, dass da auch während der Fahrt richtig ekelhaft heiß und feucht ist. You're ready? Yeah! Let's go! Und jetzt schon bludern. Yes! Woo! You're good? Yeah! Gott, zieht euch das rein, das sieht einfach unreal aus hier. Ich sag euch, das ist die beste Taktik, wenn ihr ein Date habt. Motorrad, Kurven, geiler Sound. You know, everything comes out of the hips, you know? When you move the motorcycle, it's always the hip, like this. Es ist wie ein Pferd rein. Ja, ich bin schon mal ein Pferd geritten. Ja, weil wir sehen, dass wir sexy und cool sehen. There we are, back in the hood. You think I'm a good driver? Yes, 100% yes. That's what I wanted to hear, yes! Well, it was a great day. Thank you. Thank you. And, Lita, please, let's do this again, when I'm back in Phuket. Okay, deal. Deal. Hey, richtig cooles Video. Hat mir sehr gut gefallen. Und ein mega sympathisches Mädel hat er da dabei gehabt. Thailand auch, ein sehr, sehr schönes Land. Ich glaube, wie gesagt, wie anfangs schon mal erwähnt, sehr, sehr lebenswert dort. Du bekommst wahrscheinlich für das, was du verdienst, sehr viel Lebensqualität. Ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich da gewesen. Es scheint so. Oder es ist auch vielleicht als Einheimischer weniger geil, aber als Touri halt super. Wir verdienen im Gegensatz wesentlich mehr Geld und dort kostet alles verhältnismäßig sehr wenig. Aber kann man sich ja mal informieren und ich freue mich auf das nächste Video. Leute, mich würde es freuen, wenn ihr mal in der Videobeschreibung meine anderen Social-Media-Seiten checkt. Gerne mal auf Instagram vorbeigehen und da seht ihr so, was ich täglich, wie mein Leben so täglich als Rollstuhlfahrer aussieht. Und auch gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Da bin ich in der Regel so täglich so ab circa 17, 18, 19 Uhr live. Eher so 18, 19 Uhr unter der Woche. Am Wochenende, bisschen früher, so 16 Uhr vielleicht. Und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.